Hallo, ich bin Sabine vom Blog Reisenomadin aus Deutschland. Ich freue mich wahnsinnig hier sein zu dürfen in Bregenz. Worauf freue ich mich? Die nächsten Tage werden auf jeden Fall sehr ereignisreich werden. Morgen werde ich mir auf jeden Fall schon mal den wunderbaren Panoramablick vom Martinsturm angucken. Ja, wir sind Martin und Karolin von WeTravelTheWorld und wir sind hier dieses Wochenende in Bregenz. Ich freue mich eigentlich am meisten auf die Schifffahrt morgen. Auf jeden Fall auf die Seebühne, das wird bestimmt ein ganz tolles Erlebnis. Ja, und ich freue mich vor allem auf den Fender, weil wir auch auf unserer Weltreise immer hoch hinaus wollten und immer einen schönen Überblick hatten. Jetzt verschlägt es immer wieder hierher an Bodensee. Vor allem wegen der kulturellen Vielfalt, das Bregenz zum Bieten hat, das wunderbar schöne Essen, das man hier überall genießen kann, sowie die Lage unschlagbar mit dem Bodensee und den Bergen im Hintergrund. Besonders interessant hier in Bregenz fand ich die Vielfalt. Man kann schön am See entspannen oder auch auf dem Fender hochwandern. Und außerdem gibt es wirklich ein sehr interessantes kulturelles Programm. Von daher irgendwie wird einem hier nie langweilig. Schön war's. Also wir können die Daumen nur hochhalten. Vielen Dank.